Der Sommer naht, die Sonne scheint, es wird auf jeden Fall Zeit für eine Lösung für deine Lieblingsgetränke. Ziemlich schöne und einfache Lösung hättest du hier mit unserer Thermoskanne, mit der du aus dem Strohhalm oder aus dem Mond trinken kannst. Ganz einfach abwaschbar, ohne groß Aufwand. Erhalte mit dem Code obendrauf noch 20% Rabatt und ich will schnell zuschnappen, bevor es ausverkauft ist.